Was wollt ihr? Bewegung Lasst euch nicht töten. 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 Ich bin nicht töten. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Lasst euch nicht töten. 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 Ich muss näher wandeln. Ich muss näher wandeln. Ich muss näher wandeln. Hier. Ich glaube, wir sind ein Ziel. Ich denke, meine Knoten sind in mir. Redet mit mir! Kommt auf! Das kann ich nicht angreifen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich stoße mit den Jungs auf euren Kopf an! Ah! Er verlasse nicht das Schiff. Er ist ein Schiff. Geh an die Olle, Dizzy. Geh an die Olle, Dizzy. Du siehst meine Knochen im Meer. Ich fütter die Fische mit euch! Geh an die Olle, Dizzy. Für Kohl-Terrass! Ich habe kein Ziel. Ich habe kein Ziel. Dann das Mazin. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Kultiras bleibt Kultiras sterb ich als Kultirane. Halt, Eindringling! Kultiras, Eindringling! Ich muss zuerst etwas anvisieren. Freudiger Hund! Das kann ich nicht angreifen. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Nein! Was ist? Sucht nicht den Tod! Fasst euch kurz. Für die dunkle Fürstin. Ich bin von den Verlassenen. Denton, Geduld und Disziplin. Entschuldigung, Geduld. Ah! Das ist zu weit entfernt. Das kann ich nicht angreifen. 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 Ich habe kein Ziel. Das kann ich nicht angreifen. 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 Ich bin an der Reichweite. Fangen wir nicht auf die Nerven. Fasst euch kurz. Fangen wir nicht auf die Nerven. Was wollt ihr? Lasst euch nicht töten. Was verlangt ihr? Es gibt viel zu tun. Fangen wir nicht auf die Nerven. Wen als nächstes? Bringen wir es zu. Fangen wir nicht auf die Nerven. Man sagt, der König schenkt euch Gehör. Fangen wir nicht auf die Nerven. 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 Ihr hingegen scheint darin regelrecht aufzugehen. Auch wenn der Sieg noch nicht unser ist, rückt er doch jeden Tag näher. Wir dürfen nicht ruhen, bevor alle Hoffnung im Herzen dieses kleinen Königs zu Asche wird. Kultiras ist zu einer Hochburg der Allianz herangewachsen. Durch die stolze Flotte schöpfen sie neuen Mut. Doch schon bald werden diese Wasserratten den Preis für ihren Hohn bezahlen. Ihr verkörpert alle Ideale der Horde, Champion. Ihr seid der Funke, der Boralus in Brand setzen wird. Für die Horde! Ich hoffe, ihr verschwendet nicht meine Zeit. das Lebensblut von Azzawoth gehört der Horde. Ja.